Für mich ist die Aufnahme der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barenbäumen die mit Abstand beste. Ein praller, fruchtig, saftiger, pralles, saftiges, geiles, ähm, hoffen wir mal, das dritte Wort ist mir, irdisches, Entschuldigung. Für mich sind die Aufnahmen von der Berliner Staatskapelle unter Barenbäumen von 2002 mit Abstand die besten. Ein praller, saftiger, oh fuck, ey, für mich ist ja die Aufnahme aus der Berliner Staatskapelle von 2002 unter Barenbäumen die mit Abstand beste. Ach, du hast es schon gesagt, mit auf den Punkt. Ja, natürlich, komm mal noch auf den Punkt, noch mehr auf den Punkt. Ich bin, 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 ich